Mobiliar ist eine attraktive Arbeitgeberin, auch für Studierende und Absolventen. Wir sind hier bei der Uni in Bern, weil für diese Zielgruppe ein neues Berufseinstiegsangebot haben, das Masterentwicklungsprogramm. Das startet jeweils im Oktober, dauert 12 Monate. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Webseite mobiliar.ch. Die Stellen für das Masterentwicklungsprogramm 2016 und 2017 sind jetzt auf mobi.ch ausgeschrieben. Wir freuen uns auf viele gute Bewerbungen und möchten euch bitten, euch in eurem Umfeld auf das interessante Berufseinstiegsprogramm aufmerksam zu machen.